Oft hört man, in Wien lebt man Kaffee. Dem stimmen wir zu. Schließlich rösten und verfeinern wir Kaffee seit 1862. Aber was macht die Wiener Kaffeehauskultur so einzigartig? Wir sind überzeugt, dass es nicht nur unsere Qualität ist, sondern auch die besonderen Momente, die in jeder einzelnen Tasse stecken. Denn in Wien eilen wir nicht durch die Straßen und gehen mit einem Kaffee. Wir gehen auf einen Kaffee. In einer digital vernetzten Welt sind es unsere Kaffeehäuser, in denen wir für einen Moment abschalten. Alleine oder gemeinsam, um zu reflektieren, zu träumen, zu inspirieren. Unsere Kaffeehäuser sind Orte, wo Alltagsmomente zu Erinnerungen werden und wo die besten Ideen entstehen. Unsere Kaffeehauskultur vermittelt ein besonderes Lebensgefühl. Weit weg vom hektischen Alltag genießen wir den Moment bei einer Tasse Kaffee. Meine Familie lebt diese Besonderheit bereits seit fünf Generationen, kombiniert mit unserer Expertise und Leidenschaft für Kaffee und Tee, die von unseren Partnern und Freunden weltweit geschätzt wird. Wie tragen wir zur UNESCO-anerkannten Wiener Kaffeehauskultur bei? Nun ja, wir waren die Ersten, die fertig gerösteten Kaffee in Europa angeboten und den Röstprozess revolutioniert haben. Bereits seit 1862 tragen wir zum Charme dieser Kultur bei, welche österreichische Größen wie Sigmund Freud oder Gustav Klimt inspiriert hat. Und genau dieser Charme ist es, der heute eine neue Generation inspiriert. Seit mehr als 160 Jahren legen wir Wert auf Premiumqualität und bieten den besten Service für unsere Partner. Julius Meinl war und bleibt ein zukunftsorientiertes Unternehmen, welches stets danach strebt, weltweit eine der begehrtesten Kaffeemarken zu sein. Gemeinsam wollen wir, Tasse für Tasse, so viele unvergessliche Momente als möglich inspirieren und den Charme der Wiener Kaffeehäuser in die Welt tragen. Darauf erheben wir unsere Tassen, denn unser Leben ist ein Mosaik, das aus vielen Momenten besteht. Genießen wir die kleinen, besonderen Momente, die das Leben lebenswert machen. Ausmahein, mit würdet der Wiener Kaffeehäuser. Und dann 2020NER. ogo vinden Wiener Kaffeehäuser weiter, bis zum Glück, außerلبEN Kaffeehäuser. Die Kleine, den hunnig een Mö Glüh� cigarettes noch mal haben, Bis zum Glück. Vielen Dank.